Willkommen zu einer neuen Folge Episode Part von Rayman Adventures. Ich hab das letzte Mal schon gesagt, dass wir wahrscheinlich nochmal dieses Level hier durchgehen, denn ich saß... Das war einfach... Ich weiß nicht. Wenn man diese komischen Trötendinger da nicht hat, dann... Ja, dann klappt's nicht. Und das ist mies. Das kann ich ja wohl schlecht riechen. Und damit wirklich alles klappt, nehm ich mir gleich zwei Stück mit. Also jetzt ernsthaft. Saugt, saugt alles bitte ein. Jeden einzelnen können wir gebrauchen. Saugt! Saugt, meine Freunde! Selbst das ist schwierig. Die da richtig zum Saugen zu bringen. Dass man die wirklich genau dann braucht. Dann wär's immer das Sinnvollste, die zu nehmen, wenn die Lumps-Mission ist. Weil ich kann mir das nicht anders vorstellen. Ich hab's mir, glaub ich, auch einfach extrem schwer gemacht. Ja, jetzt läuft aber wenigstens der Hasen, ne? Apropos Hasen. Das letzte Mal hatten wir ja auch einige Hasen jetzt gesehen. Das war ja auch nicht gerade so amüsant. Okay, jetzt wird's wirklich... Was? Sag mir jetzt nicht, sonst können wir das nicht mehr schaffen. Äh, eigentlich schon. Ich komm da nicht dran! Ich komm da nicht dran! Was ist jetzt auf einmal passiert? Ja, mit ein bisschen Anlauf, ein bisschen Höhe, lässt sich das doch irgendwie noch bewältigen. Aber die Frage ist... Der nächste müsste unten sein, ja. Boah. Aber der nächste ist wieder oben. Komm ich da so dran? Nee, 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 nee. Da brauch ich noch ein bisschen Höhe. Bitte lass es reichen. Nein, das reicht auch nicht! Wollt ihr... Nein, das ist ja wohl Mist. Wie weit muss ich denn hoch? Dienstherr finde ich den nicht mehr, weil ich dann ganz unten bin. Nein, was machst du denn? Der macht nicht das, was ich will. Der macht nicht das, was ich will. Das... Das kann doch nur ein Witz sein. Sag mal... Man darf auch nicht einmal falsch fliegen. Eine falsche Bewegung ist schon hier ein Fehler. Oh, jetzt kriege ich es wieder nicht hin. Oder, oder, oder? Oh! Glück gehabt. So, der ist wieder unten. Glücklicherweise. Oh, Mann! Okay, da ist wieder einer ganz oben. Da komme ich aber jetzt nicht schlecht ran. Ich glaube, jetzt ist der abgesperrt. Ja, das war so klar! Wenigstens konnte ich noch ein paar Lumps holen. Ich habe das Gefühl, da sind auch noch welche in diesem Baumstamm. Kann ich da überhaupt noch hoch? Ne, ne, das wird nichts. Ach komm, das ist ja mies! Ich sag ja, man darf hier keinen einzigen Fehler in diesem Level machen. Na, komm schon! Wow! So, da hinten waren noch welche. Da würde ich auch noch gerne hin. Ja, ich weiß! Keine Sorge! Hier kriegt... Oh, ja! Oh! Ich habe es auch geschafft, dass es ihn zu kriegen. Krass. Und jetzt! Bitte! Ja! Es hat geklappt! Diesmal hat es wirklich geklappt! Na, also! Also, ich habe auf jeden Fall mehr gepunktet, als wie ich vorher davor gemacht habe. Oh! Boah! Definitiv nicht! Aber da komme ich jetzt nicht mehr hoch. Was? Ach komm! Das ist jetzt ein kleiner Ausrutscher, der jetzt abgebangen ist. Und der entscheidet schon für das letzte Feld. Was? Das kann man mir doch nicht erzählen. Na, komm! Vergesst es! Mir ist das jetzt gerade vollkommen egal. Ich mache es nicht nochmal. Das ist mir zu blöd. Also, was sie jetzt hier eingerichtet haben, also, ne! Ganz am Ende! Das muss man auch noch wissen! Also, muss man zweifach wissen, äh, braucht man zweimalfach wissen hierfür. Als ob! Das ist mies gelaufen! Aber komm, das ist mir sowas von egal jetzt gerade. Das ist mir gerade sowas von egal. Ab zum nächsten Level. Hoffentlich ist das... Oh Gott! Nein! Nein! Rette die Lums! Ich weiß, es muss schwierig werden! Okay, hier könnte ich den Sucher vielleicht gebrauchen. Und vielleicht wären zwei Sucher gar nicht so verkehrt. Das ist mir, glaube ich, ein bisschen lieber. So, lass ihn in Ruhe. So, nichts vergessen. Aber das Level sieht auch optisch auf jeden Fall cool aus. Ja, wie soll ich denn da runterkommen? Was denkst du? Moment, Moment, Moment. Vielleicht habe ich doch irgendwas Kleines übersehen. Nee, nee, nee. What? Ja, du zeigst die ganze Zeit nach unten. Das bringt mir aber echt wenig. Ich kann ja nicht den Boden zerstören. Da muss es unten einen Weg geben. Ja, gibt es auch. Aber da oben gibt es auch noch einen Weg. Und da ist definitiv auch einer. Ja, ja, das war so klar. So, er will wieder nach oben. Kann ich irgendwas machen? Ich dachte, die Wand sieht so optisch irgendwie anders aus. Aber ich glaube, wir müssen da tatsächlich nur hochspringen. Ja. So teilweise. Okay. Ganz ruhig. Ich habe das Gefühl, hier oben ist auch noch was. Sonst werden die Dinger da nicht aufgebaut. Oder? Hä? Okay, dann sitze ich vielleicht nur für den Rückweg. Aber warum? Hä? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Moment, Moment, Moment. Der Fall geht hier hin. Gut, dann, 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 dann bin ich da. Dann vertraue ich dir mal. Lass ihn in Ruhe. Boah. So. Hier hatten wir auch noch einen. Ach, das sind aber eigentlich voll die Leichten, die man finden kann. Ich höre es schon. Ich höre es schon. Okay, okay, okay. Oh, oh, oh. Wow. Okay, jetzt gucke ich mal, ob ich irgendwas übersehen habe. Äh, nee. Nee, scheint alles sicher zu sein. Okay. Ja, gut. Dann, äh, weiter. Was? Oh, oh. Aber ich habe nicht alles gefunden. Was? Was? Moment, der hat doch irgendwo hier auch noch was gezeigt. Aber wo? Wo ist hier ein Eingang? Da. Da, da, da. Er zeigt ganz deutlich... Ach so. Ich dachte, das wäre auf dem Boden oder im Hintergrund. Wow. Wow. Der Finder hat... Äh, der Sucher hat mir auf jeden Fall jetzt richtig geholfen. Was machst du? Du... Du bringst dich nur nach oben. Okay. Boah. Und das war sogar der entscheidende. Krass. Ha, 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 ha. Und los. Hopp, 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 hopp. Keine Zeit verlieren. Einfach durchlaufen. Und das Ding geht nicht runter? Hä? Egal. Wir haben es geschafft. Boah. Wow. Boah. Das war jetzt ein Level, wo man wirklich viel suchen musste. Und viel untersuchen musste. Das fand ich cool. Wie das funkelt. Gewinne die Juweltruhe in 10 Level. What? Wow. Und wieder zwei Wege. Na, holen wir erstmal hier das Ei ab. Ei gerettet. Und nein, ich will noch nicht zurück. Ich will erstmal sehen, was da oben auf mich wartet. Bestimmt genauso der pure Horror. Das ist so fies. Was tue ich mir eigentlich an? Okay. Hier wäre der Kämpfer, denke ich mal, ganz gut. Dann komm mit. Wow. Wow. Ha! Och nein, das ist schon wieder so eine Arena. Wow. Wow. Na komm. Was? Boah, der Anfang, der ging doch so gut. Oh Mann, ey. Und dann muss ich auch noch so... Nein! Boah, man kann aber auch nicht... Man kann aber auch nicht da entkommen. Können wir mal das machen, was ich sage, bitte? Danke. So, ja auch noch. Was? Als ob, ey. Als ob der... Sag ja, der pure Horror erwartet mich hier. Was denn jetzt? Ich hab mich da festgehalten, dann fällt das Ding runter. Och, ist das fies jetzt gewesen. Ist das fies! Ja, tatsächlich. Die Dinger fallen runter. Nein! Halt dich doch fest! Ach komm, der wird mir eh nicht helfen. Wenn ich hier runterfalle, hilft er mir auch nicht. Hey, was bringt mir das? Ach, jetzt hab ich nicht drauf geachtet. Ach, komm schon. Das ist doch mehr als mies. Ja, der kann mir eigentlich nicht helfen. Nee. Definitiv. In diesem Level kann er mir überhaupt nicht helfen. So, jetzt aber. Was zum... Ich hab doch geschlagen! Was war denn das jetzt auf einmal für eine linke Nummer? Oh nein, 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 nein! Ich hab doch schon wieder geschlagen! Warum reagierst du denn da nicht? Mann, Raymond, tu mir doch den Gefallen und mach das jetzt mal! Ich mag diese Arenen aber generell irgendwie nicht. Also, das hätten sie sich eigentlich gesparen können. Vielleicht so für Minispielchen. Ja. Gut, ich find's auch gut, dass das jetzt keine gezwungenen Level sind. Das muss man auch zugeben. Denn wenn das gezwungene Level wären, dann wär das übelst krass. Was denn? Ich bin auch auf ihn drauf gesch... Als ob, ey! Als ob der mich einfach immer so in der Luft da... Ja, natürlich! So, jetzt reicht mir aber... So, hier, vorsichtig! Nein! Ja, okay! Ja, okay! Ja, okay! Ja, okay! Was ist das denn jetzt auf einmal? Ja, natürlich! Ach, komm! Was sollte das denn jetzt am Ende sein? Das ist ja mehr als fies! Boy! Ich hab ja gesagt, hier ist der Hukurohura, aber muss das denn gerade so ernst genommen werden von den Entwicklern? Oh Gott! Warum? Warum suche ich mir das überhaupt hier an? Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Ist das fies! Jetzt! Nein! Genau! Nein! Nein! Oh, ich will nicht mehr! Das ist mies! Ich glaub, ich mach noch einen Versuch und dann lass ich's einfach gut sein, weil... Weil das hat ja weniger mit dem Hauptspiel zu tun, sondern ist wirklich nur zum Minispiel-Bereich und ich... Nee! Also... Also, ich weiß nicht! Wir können zwar in diesen Welten nicht mehr zurückgehen, aber... Das ist mir echt etwas... Zu blöd! Also, ich weiß nicht! Das bringt mir das jetzt! Hä? Ich hab keine Ahnung! Bitte lass es wenigstens eine vernünftige Welt jetzt sein! Ja! Was kann jetzt noch Schlimmes passieren? Was kann jetzt noch Schlimmes passieren? Arrgh! Sammle die Looms! Okay, wir wissen jetzt, die Looms zu sammeln ist nicht so einfach. Inzwischen braucht man Verstärkung. Das wird nichts. Aus diesem Grund... Kommst du mit? Ja, und das war keine Fehlentscheidung. Moment. Hau ab! Hoffentlich ist das Level nicht so fies wie das letzte davor. Aber ich merke schon, ja, das... Wird es doch sein. So, erstmal alle mitnehmen und rein! Nein, 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 nein. Nicht so eilig. Nun mach doch mal, was ich sage! Na also, man! Oh nein! Boah! 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 Das habe ich mir schon irgendwie gedacht. Na los! Hopp, 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 hopp! Keine Zeit, was... äh... Verplempern. Und das tue ich hier gerade, oder wie? Na super! Oh, MC! Ganz ruhig! Moment, das war doof, weil ich muss in die Hand nach dem Gucken. Sonst kommen wir da nicht hoch. Und ich merke, hier wird es wieder... Das ist, das sieht aus wie das gleiche Level, nur gespiegelt. Oh Mann, ey! Jetzt hat das nicht geklappt! Und soll wieder haben, wenn ich alle geschafft habe. Das ist so mies! Ich glaube, das war wirklich das gleiche Level irgendwie, Spiegels. Ich glaube, auf dieser Stelle werde ich dann erstmal beenden. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Rayman Adventures. Wenn ich mich ein bisschen erholt habe. Bis dahin, ciao!